Herzlich Willkommen zu den OFTV News. Am 26. September findet die Wahl zum Seligenstädter Bürgermeister für die Jahre 2022 bis 2026 statt. Amtsinhaber Dr. Daniel Bastian gab nun bekannt, dass er sich auch für diese Periode zur Wahl aufstellt. Der FDP-Politiker ist seit sechs Jahren im Amt und bereit, besonders in dieser schwierigen Zeit weiterhin Verantwortung zu übernehmen. Gerade Einzelhandel und Gastronomie möchte er so gut wie möglich aus der Corona-Pandemie führen. Als weitere Ziele für seine Amtszeit nannte er unter anderem die Umsetzung großer Stadtentwicklungsprojekte. Karl-Heinz Staudacher, Altbürgermeister von Mainhausens Partnerstadt Pölz, ist im Alter vor 79 Jahren verstorben. Viele Jahre begleitete Staudacher die freundschaftlichen Beziehungen beider Gemeinden. Er pflegte sowohl in seiner Amtszeit als Bürgermeister als auch im Privatleben stets den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. In Rödermark lädt das Team von Bürgertreff Waldacker zu einer kontaktfreien Fotoaktion ein. An dem sogenannten Selfie-Point am Bürgertreff kann man bis zum 25. Juni Fotos von sich selbst oder seinen Lieblingsmenschen aufnehmen und diese dann als digitalen Frühlingsgruß versenden. Auf der Social-Media-Plattform Instagram gibt es zu dieser Aktion mit dem Hashtag Stadtrödermark zudem einen Fotowettbewerb. Die drei Bilder mit dem schönsten Lächeln gewinnen ein Überraschungspaket. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Offenbach liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 118,6 und somit den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 150. Ab Samstag, 8. Mai ist deswegen in den Geschäften Click & Meet möglich, also die Chance mit einem Termin im Geschäft einzukaufen. Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis. OF TV veranstaltet am 18. Juni eine Podiumsdiskussion zur Heusenstammer Bürgermeisterwahl mit den Kandidaten Halil Öztasch und Steffen Ball. Interessenten können sich ab sofort unter bgm-wahl-häusenstamm-at-of-tv.de anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie dann per Mail. Wir übertragen das Ganze ab 20.15 Uhr aus dem Kultur- und Sportzentrum Martinsee. Am Sonntag ist Muttertag und Europatag. Letzterer steht dafür, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben können. Der Tag erinnert an die Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950. Der französische Außenminister sprach damals von einer neuen politischen Zusammenarbeit in Europa, die Kriege zwischen den Staaten verhindere. Die Stadt Rottgau hat in diesem Jahr einen Film mit Hilfe der Bürgermeister aller ihrer Partnerstädte produziert, um die Bedeutung des Europatags zu würdigen. Dazu hat der Rottgauer Bürgermeister Jürgen Hoffmann seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Newport in Belgien, Püssot in Frankreich, Heimburg an der Donau in Österreich und Donja Stubica in Kroatien gewinnen können. Schumanns Vorschlag gilt als Grundstein für die Europäische Union. Das waren die OFTV News. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Wetter.